Der Axelspringer Verlag hat sich von allen drei Führungskräften der aktuellen BILD-Chefredaktion getrennt. Johannes Boje, Klaus Strunz und Alexandra Würzbach müssen gehen. Das teilte der Verlag in einer internen Mail an die Redaktion mit. Sie liegt dem Spiegel vor. Den Vorsitz der Chefredaktionen übernimmt ab sofort Marion Horn. In Zukunft soll die Führung der Chefredaktion nur noch aus zwei Stadtbislang vier Personen bestehen. Sie soll die Zeitung nach Angaben des Konzerns journalistisch und strategisch weiterentwickeln. Zudem solle das Boulevardprofil geschärft und der digitale Wandel vorangetrieben werden.